Und Willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Nun werden wir das letzte Assassinen Grab machen. Und anschließend werden wir natürlich direkt Willa Modric gehen. Und holen das Geld ab und holen uns die Altair Rüstung. Ich bin mal gespannt ob das hier schwer wird. Ach, hilf mir. Setz dich wieder hin. Wir sind mitten in einem Spiel. Nein, nein. Diesmal war da was. Ich weiß es. Das sagst du doch jedes Mal. Du hast recht. Da war was in dem Heuhaufen. Du Waschlappen. Deine Witze sind langweilig. Das ist kein Spaß. Ich hätte sterben können. An Ratten. Du nimmst uns. Ich bin leid auf den Wald. Kann man die Neuerfahrer zuvapfen. Ich bin jetzt am Aufwandern. lasst mich doch warum soll ich dich lassen würde gibt doch keinen sinn also ich finde der typ ist der waschklappen nicht der andere bleibt doch stehen unterhalten nur noch reden ich werde dich nicht töten ich will nicht hier reden lasst mich doch wachen zu den waffen zu den waffen so hab ich dich warum muss ich immer geben warum spielen wir nicht nach lombardischen regeln die 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 spielen. Na es gibt mir auch Zeit, na super. Ich freue mich. Na klar, warum auch nicht, ne? Hä? Versteh ich nicht. Nein, ich freue mich. Nein! Och Mann, Ezio. Verdammt. Wie bin ich denn jetzt hier gelandet? Kann der irgendwo rausklettern? Oh Mann, Ezio. Äh, da kommt der eh nicht hoch, oder? Ne, natürlich nicht. Warum auch? Das war auch nicht. Ich kann mich die ganze Leere von vorne nehmen. Weil es hier nicht springen kann. Ja. Danke. Danke. Wir werden den ganzen Weg wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Ja, wow. Kiebelkirchen. 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 Erzähl. Weißt du, manchmal bist du echt anstrengend. Kiebelkirchen. 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 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Juhu, wir haben es geschafft. Jawoll, das ist das letzte Siegel. Juhu. Endlich. Alter, ihr Früstung. Los, mach hin. Mach hin jetzt hier. Geh, mach hin. Uff. Ich hole mir durch irgendeinen Gully. Ich habe nicht mal was gemacht, ja, und dann legen wir wieder hier. Ich bin bei dir, Bruder. Du bist nicht mein Bruder. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Du gehst mir! Du gehst mich sofort! Ja, ich lasse dich frei. Hoch hier! Komm schnell! Äh! Komm mal an! Ach ja! Na gut! So, jetzt haben wir 50 Aussichtspunkte schon erklimmt! Super! Wir haben alle Assassinen-Siegels! Das bedeutet, ... dass wir jetzt... ... ... mit den Schwerreisen gehen... ... äh, sterben! ... 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 traces ... ... ... ... ... ... ... Erstmal rummehrt Geld ab. Drei stücke fehlen irgendwo. Nice. So. Oh, da haben wir alle. Achso, ihr Rüstung gehört uns. Alter ihr, ich danke euch für dieses große Geschenk. Möge es mich vor meinen Feinden beschützen. Jetzt sehen wir auch nice aus. Hm. Ja. Jetzt gehen wir direkt nochmal an die Kiste und. Danke. Ja. Das ist so cool. Ja. Ja. ähm 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 Buon Viaggio! Oh. Na dann. Geht, jetzt müssen wir nach Venedig. Kommt Freunde, diese neuen Miene macht ein Metall. Sprechen wir noch mit dem Arzt. Tja. Haha, ihr seht schon starker aus. So, jetzt haben wir ICI Rüstung. Ähm ja, jetzt können wir uns auf die Mission und auf die Aussichtspunkte größtenteils konzentrieren. Ich werde aber noch mal hier einen Cut machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folie wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.